Herzlich Willkommen in meinem Büro, Herr Klein, nicht wahr? Ja, genau. Herr Derrick, Sie kennt mich nicht, aber ich kenne Sie. Ach, genau. Es geht um Dr. Roder und seine Frau. Richtig. Ja, Moment, ich hole die Akte. Ich möchte etwas vorausschicken. Wir sind eine diskrete Firma. Vergewöhnlich bekommt diese Akte niemand zu sehen. Nicht einmal die Polizei. Mir liegt daran, dies klarzumachen. Nur die Tatsache, dass diese Unterlagen möglicherweise dazu beitragen, einen Mordfall aufzuklären, veranlasst mich, Ihnen diese Akte zur Einsicht zu übergeben. Bitte. Danke sehr. Herr Geller, spielen Sie uns hier nicht Philipp Marlowe vor. Sie haben uns jede Akte vorzulegen. Jede. Jede, die die Polizei zu sehen wünscht. Wir sind in der Bundesrepublik.